Okay, Moment, ich muss kurz aufhören zu lachen. Hey Leute, Elip hier und heute ein kleines Interview über meinen Kanal mit dem Henelinen Troftu und iTap2. Ja, hi Elip und danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, dir ein paar Fragen zu dir und deinem Kanal zu stellen. Mit uns meine ich mich, das ist Troftu und iTap2, der darf jetzt die erste Frage stellen. Hallo auch von mir. Du machst das mit der Kartenmagie ja jetzt schon eine ganze Weile und mittlerweile ist dein Kartenmagie-Kanal der größte deutschsprachige Kartenmagie-Kanal auf YouTube. Was fasziniert dich an der Kartenmagie? Meine Faszination an der Kartenmagie selbst ist einfach, dass man Magie selbst mit einem völlig allgemeinen Gegenstand wie einem Kartendeck einfach machen kann. Und dadurch bin ich auch in meiner, ich nenne es jetzt mal Schiene geblieben, dass ich keine zusätzlichen Sachen zu einem Kartendeck verwende. Weil es gibt da ja noch kleinere Sachen, die nennen sich Gimmicks, wie zum Beispiel so unsichtbare Fäden, mit denen man eine Karte schweben lassen kann als Beispiel. Die benutze ich persönlich nicht, weil meine Faszination geht davon aus, mit einem ganz normalen Kartendeck Tricks zu machen, dass man zum Beispiel auch geliehen bekommen kann. Und da ist einfach die Faszination sozusagen geblieben und deswegen mache ich das in dieser Sparte weiter. Du hast zuvor erwähnt, dass du in deinen Tricks keinerlei Gimmicks benutzt. Erklär uns doch mal genau, was so ein Gimmick eigentlich ist und warum du sie eigentlich nicht benutzt. Das, was du jetzt vermutlich damit meinst, ist ein Trick mit Gimmick und ein Trick ohne Gimmick. Ein Gimmick selbst ist, da habe ich persönlich auch eine eigene Definition für, alles was man zusätzlich zu einem Kartendeck in einem Trick verwendet, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Wie jetzt zum Beispiel die schon vorher angesprochenen unsichtbaren Fäden. Es gibt doppelseitig bedruckte Karten, dass zum Beispiel beide Seiten eine Rückseite haben oder beide Seiten eine Vorderseite haben. So Karten und Zusätze verwende ich persönlich nicht. Und das verwenden aber wiederum viele und die gibt es auch in sehr vielen Magic Shops in allen möglichen Ausführungen. Und das ist eigentlich so der größte Unterschied für mich. Also ich persönlich nutze nur für normale Tricks, sage ich jetzt mal, ein stinknormales Kartendeck ohne irgendwelche Zusätze. Und diese Zusätze gibt es dann aber auch wiederum für Leute, die dann diese Gimmicks mögen. Alep, du stellst auf deinem Kanal viele, viele Kartentricks vor. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ob du selbst auch schon Kartentricks erfunden hast. Oder nimmst du verschiedene Bekanntere und mischt die durch zu einem neuen Kartentrick. Wie läuft das bei dir? Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Die Tricks an sich, die ich in dem Sinne erfinde, sind meistens aus mehreren Tricktechnik zusammengeworfene Tricks, die dann zum Ende hin entstehen. Die mache ich aber meistens spontan und erinnere mich dann zehn Minuten später zum Beispiel gar nicht mehr an das, was ich dann da genau gemacht habe. Von daher, wenn ich zum Beispiel für eine Person Kartentricks mache, erfinde ich in dem Zeitpunkt vermutlich sehr viele Kartentricks, die es in dieser Form noch nicht gab. Aber ich erinnere mich nicht mehr daran und kann sie dementsprechend dann nicht in Videos erklären. Die Videos, die ich meistens mache, das sind meistens Tricks, die ich so in irgendeiner Form schon mal gesehen habe und dann in einer Form umgeändert habe, wie ich sie am besten performen kann. Weil jeder hat einfach einen eigenen Performance-Stil und ich passe sehr viele Tricks sehr stark an mich selbst an, dass es einfach in meinen Performance-Stil reinpasst und ich die Tricktechniken anwenden kann, die ich persönlich am besten kann. Auf YouTube hast du sicherlich eine feste Zuschauerschaft, die sich deine Tricks im Internet ansieht. Aber wie sieht es außerhalb von YouTube aus? Gehst du auf Leute zu und machst Straßenmagie? Sagen wir es mal so. Zu Beginn meines Kanals, sage ich einfach mal, und zu Beginn meiner Kartenmagie-Laufbahn, auch wenn ich sie denn so nennen darf, habe ich Streetmagic, wie es sich im Fachjargon in der Kartenmagie nennt, gemacht. Oder Straßenmagie, wie du es genannt hast. Aber davon habe ich mich, um ehrlich zu sein, entfernt. Früher habe ich das wirklich einfach so gemacht, dass ich auf die Leute zugegangen bin und gesagt habe, hey, kennst du zum Beispiel Kartentricks? Oder ich habe eine andere Anrede verwendet, zum Beispiel, hey, willst du einen Kartentrick sehen? Oder irgendwie sowas. Aber mittlerweile mache ich eher Tricks für Leute in Bars oder eher geschlosseneren Gesellschaften, weil es da meistens besser möglich ist, die Leute zu lesen und dann direkt rauszufinden, ob sie wirklich Kartentricks sehen wollen oder nicht. Was ein sehr großes Problem bei Streetmagic ist, weil man da eher die Gefahr läuft, an Leute zu treffen, die zum Beispiel keine Zeit haben oder gar keine Tricks sehen wollen. Aber die Videos, die ich gemacht habe, bezogen sich noch auf die Zeit, wo ich Streetmagic gemacht habe. Und da habe ich halt auch einige sehr gute Erfahrungen gesammelt, wie man da am besten zum Beispiel an Leute rangehen kann oder wie man erstmal das Selbstvertrauen aufbauen kann, um erstmal so offen auf Leute zugehen zu können. Du stellst auf deinem Kanal ja verschiedene Kartentricks, aber auch verschiedene Kartendecks vor. Was unterscheidet verschiedene Kartendecks voneinander? Ich denke, das ist eine Sache, die viele Laien jetzt nicht direkt wissen und gerne mal wissen würden. Kartendeck selbst unterscheidet die Herstellungsart. Es gibt da Unterschiede im Druck, also welche Tinte verwendet wird, wie viel Tinte verwendet wird. Der Grundstock kann unterschiedlich sein, unterschiedliche Härte, andere Herstellungsmechanismen und zum Beispiel der Schnitt der Karten kann auch die Performance oder das Gefühl eines Decks beeinflussen, einfach wie es sich dann handelt im weiteren Verlauf. Das sind eigentlich so die größten Unterschiede, die man bei einem Deck haben kann und es ist relativ schwer, das so zu beschreiben für jemanden, der noch nie ein solches Kartendeck in den Händen hatte. Je nach Ausführung ist so ein Kartendeck ja auch nicht gerade billig. Kooperierst du mit irgendeinem Hersteller oder Laden, der dir die Decks zusendet, damit du sie auf deinem Kanal vorstellen kannst? Ja, ich habe mit einem Internetshop eine Partnerschaft getroffen, schon relativ am Anfang meines Kanals, weil da gab es eine zu Anfang blöde Begebenheit mit einem Kartendeck, was leider beschädigt bei mir ankam und der Shop hat dann ohne Probleme mir sofort ein neues Kartendeck zugesandt und meinte, ich könnte das alte ruhig behalten, wenn nichts an den Karten selbst wäre. Und daraufhin habe ich ihm dann geschrieben, dass ich ihn dann aus Dank in meinem Video erwähne und daraufhin kam dann aber von ihm zurück, dass wir das gerne weiterhin so machen können, also dass ich ihn in meinen Videos erwähne und er mir dann daraufhin Kartendeck schickt, die ich dann haben möchte. Und daraufhin hat sich dann so ein Sponsoring ergeben und das ist bis zum heutigen Tag so bestehen geblieben. Man sieht deinen Videos ja durchaus an, dass du da eine Menge Zeit und Produktionsaufwand reinsteckst und an der Stelle würde mich natürlich mal sehr interessieren, was du da alles machen musst, bis ein Video fertig auf deinem YouTube-Kanal erscheint. Also der größte Aufwand ist eigentlich die Vorbereitung des jeweiligen Videos, weil ich muss zuerst einmal irgendetwas finden, wo es sich lohnt, ein Video zu machen und das dann natürlich vernünftig üben. Das habe ich zum Beispiel am Anfang meines Kanals nicht so wirklich gemacht und die Videos überarbeite ich jetzt auch mit der Zeit. Aber wenn man etwas vernünftig kann, dann oder beziehungsweise es auch vernünftig übt, dann lernt man einfach, wie man das zum Beispiel besser erklären kann und dadurch werden dann auch die Videos besser. Die Qualität, die du halt angesprochen hattest und das ist eigentlich so der größte Part dieses Tricktechniken erlernen oder Tricks erlernen und da dann kleinere Tipps rausfinden zu können, die man dann für andere wörtlich verfassen kann, um den Lernrhythmus besser antreiben zu können und im Endeffekt dann muss ich nur noch ein Script schreiben, was in der Regel relativ schnell geht, wo ich dann zum Beispiel kleinere Sachen niederschreibe, wie zum Beispiel kleinere Anhaltspunkte, wie ich mich dann im Video entlang arbeiten kann. Die Aufnahme selbst geht dann relativ schnell und die Nachbearbeitung mittlerweile auch, da ich da einen relativ guten Rhythmus gefunden habe. Von deinen mittlerweile über 45.000 Abonnenten kommen vielleicht welche aus deiner Nähe. Wurdest du auf der Straße schon mal als Alep Magic wiedererkannt und wie gehst du eigentlich mit Hatern um, falls du welche hast? Auf der Straße erkannt wurde ich, um ehrlich zu sein, sogar schon einmal von jemandem, der hier aus der Umgebung kommt und der hat mich im Bus wirklich erkannt. An dem Tag habe ich das auch extrem krass gefeiert, weil zu der Zeit hatte ich keine so große, in dem Sinne so große Reichweite. Da hatte ich nur in Anführungszeichen 20.000 Abonnenten, was ja trotzdem im Vergleich viel ist. Aber der hatte mich da trotzdem erkannt, was ich auch recht cool fand. Was die Hater angeht, habe ich nicht wirklich viele. Ab und zu sind mal so 2, 3, 4, 15 Leute da, aber in einem relativ kleinen Rahmen. Von daher ist es noch in einem angenehmen Bereich. Wie sieht es denn mit Nachmachern, Fakern oder sonstigen Nacheiferern aus? Hast du da schon mal Erfahrungen gemacht? Ja, zu gewissem Maße angenehme Erfahrungen in dem Sinne und zu wiederum einem anderen Maße sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Es gibt immer wieder Leute, wo man dann zum Beispiel genau merkt, bei wem sie die Videos geschaut haben und bei wem sie dann sozusagen das Tutorial in dem Sinne abgeschaut haben, weil die Wortlaute in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. Das passiert einfach, wenn man zum Beispiel nur eine Quelle hat, wo man Sachen lernt, dass man sich einfach diese Wortlaute im Video selbst aneignet und dann unterbewusst selbst wiedergibt. Das passiert mir auch ab und zu. Aber bei manchen Leuten fällt es dann wirklich auf, wenn knapp 90% des Videos gleich klingen. Aber es gab dann wiederum schon eine Person, die hat meinen gesamten Kanal mitsamt Namen und Titelbild kopiert, was ich dann nicht ganz so super fand. Aber das wurde dann von meiner Community geregelt, um ehrlich zu sein. Und der Kanal ist auch, soweit ich weiß, nicht mehr online, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es gibt halt öfter mal Leute, die ähnliche Videos machen. Das passiert meiner Meinung nach einfach. Aber so krasse Kopien hatte ich bis jetzt wirklich erst einmal. Ja, Elip, dann kommen wir langsam mal zum Ende des Interviews und damit zu ein paar Fragen zu deiner Person. Bei unseren Recherchen sind wir auf den magischen Zirkel Deutschlands gestoßen. Und da stellt sich uns natürlich direkt die Frage, ob du dort Mitglied bist. Nein, bin ich nicht. Und vermutlich werde ich da auch niemals Mitglied. Weil, soweit ich das erfahren habe mit der Zeit, mögen die es nicht so wirklich, wenn man Tricks auflöst. Und es hatten mich auch schon ein oder zwei Leute angeschrieben, die dann ihren Unmut kundgetan haben mir gegenüber. Und von daher werde ich da vermutlich kein Mitglied. Und ich sehe auch, um ehrlich zu sein, keinen Sinn darin, da Mitglied zu werden. Einfach aus persönlichen Gründen. Und weil ich finde, dass es viele andere gute Quellen gibt und man nicht unbedingt in so einem magischen Zirkel sein muss, um Magie zu erlernen. Bedeutet das etwa, dass du der nächste Super-RTL-Enthüllungs-Magier wirst? Nein, werde ich nicht, weil ich zum Beispiel auch eine Grenze ziehe, was kommerziell genutzte Tricks angeht, die sehr frisch draußen sind. Da gibt es ja auch einige Leute auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es die im deutschen Raum gibt. Aber die gibt es auf jeden Fall im amerikanischen und dementsprechend auch englischen Raum, die neue Effekte, die frisch auf den Markt kommen, sofort auflösen. Weil es gibt einige Leute, die leben nun mal davon, Tricks zu erfinden und diese auf Webseiten kommerziell zu vermarkten. Und um diese Tricks aufzulösen, das ist nicht so wirklich mein Ding. Ich habe es früher, um ehrlich zu sein, gemacht. Teilweise, weil ich es nicht besser wusste, weil ich nicht wusste, dass diese Tricks vermarktet wurden. Aber mittlerweile achte ich da schon drauf, dass ich nicht unbedingt Tricks nehme, die jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt sind und immer noch sehr stark gefragt werden. Im Verlauf des Interviews haben wir jetzt über dich gelernt, dass du Straßmagie machst, aber kein Mitglied im magischen Zirkel Deutschlands bist. Da stellt sich mir zumindest darüber hinaus die Frage, ob du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen hast, um dich mit anderen Kartenmagiern zu messen. An Wettbewerben selbst? Um ehrlich zu sein, noch nicht. Weil ich bin kein Typ, der sich jetzt unbedingt mit anderen Leuten messen will. Ich mache die Kartenmagie selbst einfach nur aus Spaß und weil ich den Effekt beim Publikum mag und nicht, weil ich in irgendeiner Weise jetzt was damit erreichen will. Als Beispiel, bester Zauberer Deutschland, was weiß ich. Sondern ich mache es einfach nur aus Spaß an der Sache und von daher sehe ich es nicht als nötig an, da zu irgendwelchen Wettbewerben zu gehen und mich mit anderen Leuten zu messen, um zu sehen, ob ich besser bin als der und derjenige. Dann bedanken wir uns für dieses Interview und wünschen dir auch weiterhin viel Erfolg. Kein Problem, leben gern. Vielen Dank für die Möglichkeit. Auch von mir vielen Dank für das Interview und zum Schluss habe ich dann noch eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage, aber die wollten wir unbedingt schon mal von einem Profi beantwortet haben. Wie stehst du zu der Aussage, Magie ist Physik durch Wollen? Ich verstehe die Frage, um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Sie ist ein bisschen blöd formuliert, finde ich. Sie müssen schon Ihren Kopf jetzt zum Denken benutzen und nicht als Zuständer. Es gibt keine Magie in dem Sinne. Es ist alles Physik. Muss man wissen. Tつ hopefully ist es... ... Vielen Dank.